Ladies and Gentlemen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Counter-Strike Global Offensive Heute mit allen aus dem Team Peetsmeet und wir spielen auf Mirage Dream Team Pfeffer, also Sepp, ich hab ne, ich hab nen In-Share-Brands-Kit, falls ich sterben sollte und ich pfeffer jetzt meine Granate da rein, weil ich glaub das ist ein Ar-Rusher 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 Hier sind keine Ar-Rusher In die Mitte brem? Hier ist noch keiner Steps B Ich guck mal Keller 1, 2 Steps B reicht ja Ne, warte Jetzt sind sie Oh, ist Push and Jay, wie viele hast du gesehen? 1, dann bin ich direkt wieder raus wieder Alter Okay, ich hab nen Headshot kassierend, aber lebe noch Einer ist tot Du hast nen Headshot kassierend? Da ist einer Nice Bomb 2 Ich rüber zu B Bombe A B B, B Noch einen Hier ist einer schon runter Einer Bank, Bank, Bank Hier ist der letzte Wie mehr soll ich? Messer kommt Da ist er Ja, geil Wir haben die ganze Zeit auf jeden Fall Oh Gott, er rett auf mich zu Pum, 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 pum Nice, Christian Mega gut Und dann? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Es gibt doch mehr Geld, oder? Wüsste oder? Auf jeden Fall Ich hab letzte 5k gestartet Krum und Ehre Ich hab mich mal hier drunter Ich hab mich mal hier drunter Christian, ne? Oh, mit ist das Das ist mal Oh, die ist so ne Diegel ist da Ey, das war ne Flash auf uns Romm, romm, romm Romm, romm Tschö, nix, Jay Ich geh mal in die Mitte Bleibst du hier? Nee, du gehst rüber Die kommen nicht vor Hier Oh mein Gott Zwei Mitte Einer geht zu Habe ich? Kurm ist Connector Einer kurz Einer unten Einer steht auch unten Da unten Connector Juhu 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 14 Runden noch Neckar Bang, bang, bang Wir werden richtig geschäft Ja, auf jeden Fall 2-0 Alter, wir haben nur die Pistole Wir haben noch keine Wassen gehabt Nee, deswegen chillt man Pistole Boah, Hals, Alter J, hab keine Brandgranate Zu wenig Money Ich hab eine Gut Ich darf jetzt nicht sterben, ey Ich hab schon wieder nur 100 Ich hab den Diffuser vergessen Das ist jedes Mal Ich kann dich gleich über deine Leiche laufen Weil wir ja die wegmachen Ja, kein Thema Oh, das ist A Smoken A A viele Granaten Ich geh rüber Zwei Und direkt tot 90 hab ich dem gegeben Der hat ne Hatter bekommen Verdammte Scheiße Ich renne 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 Die haben noch nicht Die stürmen nicht Ganz gechillt Ach fuck Nur links an den Kisten Oben Palace Und unten einer Pass auf Mitte auf Genau Palace Geißte Hat mich Stopp Arex in der Kiste In der Peders Kiste Und einer war noch bei denen Beim Durchgehen Ich renne Ich renne Ich renne Ich renne Ich renne Ich renne Schade Oh Jay Der Killer Hey Diegel fühl ich gerade Echo Echo A Rush gegen Tod B Rush gegen Tod Das ist A gegen Rush gegen Ich stehe super und hab ne dmp Noch A connector und dann in der Mitte gehen Die haben Gaffen also weiß ich nicht Ich heilen sie auf jeden Fall auch bisher Also manche gehen in der Mitte Manche gehen an A Oh Gott Die stehen da alle Das in der Schießungskommando Ich habe zwei stück geholt die jagen dich jetzt ich habe noch mal ich habe auch noch mal machen ja absolut easy und trivial alles die sich da aufgestellt mit allem an gewartet wird die smogen wieder ab sie ist ja ich weiß dass einer mitte ist da kommt einer mitte einer bei steht bei den kisten mitte und der hat ein headshot vom mittel ist eine küche ach komm der ist fast down gib ihm jetzt treppe richtung keller da kann nur links einer schade jetzt muss ich aber eigentlich mal nicht egal wenn das läuft das wäre in der tat aus wäre ganz gut für das geld ja ja irgendwie bin ich noch nie im spiel drin habe ich ja ist auch einer unten christian ich habe das gehört glaube ich könnte einer drin sein ziemlich viel aber mindestens zwei leute nein hier sind nur zwei jetzt weg das sind noch zwei pick okay ah shit der hat mich palace arm hier auf a ist noch einer bombe haben wir halt noch nicht gesehen wir müssen tot nice schön wir haben noch nicht gesehen aber ihr habt einfach alle gekehrt da haben die die irgendwo in palace liegen lassen oder so ja besser hatte angst dass die richtigen ab wann kaufen sie eigentlich neue rüstung wenn du geld dafür hast kauf ich mir die immer aber ab wann echt auch wenn du noch irgendwie 80 hast auf deiner rüstung 80 ja bei 90 bin ich am überlegen aber bei 80 und ich habe die kohle dafür krass rhein gewasitates aber kann auch viel zu viel sein jetzt出去 verabsch tagen nun kassel in diesem da Ich höre hier Step 2 Einen hab ich Bei mir ist einer Waffe gewechselt Da ist noch einer Kennst du eigentlich auf Lang mit dem Bram? Scheiße Links ist einer an den Kisten Ich gucke unten Ich gucke hier Ich hab grad geschossen wie ein Besoffener Das ist eine Frage, ich hab nicht ganz verstanden Pete Was meinst du mit A kämpfen lang? Nee ich war auch doof Ich hab gefragt ob du auf Lang mit jemandem kämpfst Und statt dich Bram zu nennen Hab ich dich A genannt Hey A wie geht's dir so? Wenigstens hab ich die Frage Wochenende A Oh Schon wieder? Oh Bommel liegt Mitte Ja und hier war noch jeden Fall Jay Da ist Stress Bommel liegt Mitte ist eigentlich ganz geil Ein zwei Leute hab ich gehört Bommel ist weg Oh Gott Ich hab mich selbst gefeuert Ich hab mich selbst gefeuert Mach da Da wurde ähm Gesoomt Rechts oben Jay Da ist der hat mich Wo war der? Pelle ist sauber An den Kisten Oh Ich bin einmal hochgeguckt Hab geguckt Äh da ist einer oben in der A Ich glaube der zoomt doch noch was Jay Ich bin mir nicht 100% Ja So und so Katter ist rausgekommen Äh Bis Mitte Aber Weinkeller Mhm Jetzt zurück Oh shit Ah der ist im Weinkeller Oh Der ist nicht im Weinkeller Der ist hochgesprungen Hey wie kommt der denn alleine nach oben Das hat uns irgendwer schon mal erklärt Ich hab Echo Jay kann dir legen Von der Bank in der Mitte kann er da hoch springen Jo ich steh rechts neben dir Danke Du kannst von der Bank unten da hoch springen Ja das ist cool Aber da steht keine Bank Ja oder irgendein anderer Blumentopf oder so Auf jeden Fall direkt neben dem Connector Ich weiß nicht mit der Bank aber da steht halt keine Bank Ja da steht halt was anderes Okay LOL Der kam um die Ecke geblendet und hat mir nen Headshot gegeben Bestimmt In einem Besser In einem Besser Naja du sitzt halt in der gleichen Ecke ne War noch am Einen hab ich Mütter Na gut Palace Palace ist ne Aave Ah äh Konnektor durch Hab ich Jay Konnektor zu euch durch Der pusht dich vielleicht Bombe liegt B Bombe liegt B Oh man ey Fuck daneben geschossen Danke Peter Entschuldige seid Der ist da drin und hat ne Aave Immer noch Bombe B Wenn ihr könnt Wo geh ich denn am besten hin Wo geh ich denn am besten hin Ja du geh ich auch gerade Der ist War so ruhig Der ist genau hier rechts neben mir Nice Ja danke Reicht Kann nicht Guck Peter Nur wenn er reingeht in die Küche seh ich den ne Ja Der kann mich Der ist in der Mitte Der ist in der Mitte Der ist in der Mitte Wer da Da ist schon wieder diese Fucking Diegel ey Also mit der Diegel gehen manche aber auch hemmen Diegel ist nice Diegel ist nice Und halt Dead Shots machen Das finde ich ganz cool Und nur Treffen Seht da die Bombe Oder Ja Weil die nicht angezeigt wird Irgendwo da rechts Da liegen so viele Abwp's Ich könnte mir vorstellen dass der saft Naja die AWP wird es nicht lohnen Da lagen glaube ich 2 AWP's und alles andere was man haben möchtest Da ist er Der ist hinter der Bank Der ist hinter der Bank Der ist hinter der Bank Geh nicht hin Ah ne doch Der hat keine AWP mitgenommen Oh ich bin es nicht Doch wahrscheinlich schon aber wahrscheinlich hat er nur mit der Ding ins geguckt Mit der mit der diegel geschossen Also ich muss jetzt auch wieder Farmers nehmen Alter das doch Ich kann nur legen Ich könnte eine legen Erzählig Mach mal Ich kann nur smoke oben 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 Die smoke in DA Ja machen die hier drum Ja machen die hier drum Da geht ja nichts schnell Weißt du wann der smoke in Palace auf wird? Ja Jetzt höre ich Steps entweder unten Bram Oder bei dir Jay Klingt viel zu dir Jay Ja jo Bombenblick Tunnel Sehr gut Oh Gott Das ist schlecht Kisten oben Kisten grünen Kisten Rechts von dir Ja Ich guck Tunnel Bist du runter gesprungen Bram? Ich bin runter gesprungen Ja der Push Kann einer in den Weinkeller aus der Mitte decken? Dann habe ich Alter Das war der letzte Okay Dann habe ich nämlich Die andere Seite Ich kann eine Waffe legen Bram Ich leg dir was Was willst du? Eine Awe nehme ich dann Wenn du mir die legen würdest Gib mir deine Waffe Dankeschön Ei 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 Move it Move it Move it Bitte Alter Was ist falsch mit dir da? Ich habe getaugt Entschuldigung Alter what the fuck Blockiert mich die ganze Zeit Du vier Konten Ich werfe Ja jetzt sind die genau da Ja sind die wirklich Einen habe ich gehört Ja sind die wirklich Einen habe ich gehört Einen habe ich gehört Zwei Leute hier Zwei Leute hier Zwei Leute hier Hier vor A stehen zwei Oh geil Ist einer in meinem Feuer gewesen Wenn du noch eine Granate hast Pfeffert mal irgendwer die da rein Der ist zurück gesprungen Noch einer Palace Ich guck gar nicht hier Mitte hat mich Könnt ihr jetzt sofort von dir kommen Sepp links Durch Kitschen Da kann er hoch springen Was Konnektor ist einer Ich habe dem 89 gegeben Der hat noch elf Peder B Ist das die Bombe? Ne oder? NCT Happy Geh mal rüber Peder Ja ich glaube die sind auch A Ehrlich gesagt Oh Gott Der ist immer noch Konnektor Einer muss low sein Ja Guck mal Hat der denn hier geplantet? Orange is low Zu deren Spawn weggelaufen ist der Einer Habe ich das Steppen Warte 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 Unter Treppen Zwischen den Treppen Zwischen den Treppen Zwischen den Treppen Genau Links Links Das ist zwischen den Treppen Alter Ich habe mich gefragt wo da Treppen sind Treppen Wir haben noch einen Gegner Sepp Spawn der ist low Der hat noch elf HP Der hat noch elf HP B Schaffen wir die Runde nicht. Schaffe es nicht mehr Schaffe es nicht mehr Gehen weg Datt wird nix oder Oh 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 Wollte ich sagen, wird easy, wot? Ah, Mann, ey. Das ist zwischen den Treppenbau nötig. Das hab ich aber auch nicht gewusst, ehrlich gesagt. Sonst hab ich sie vor hoch schneller gekillt. Aber jetzt weiß ich das. Jetzt weiß ich, was zwischen den Treppen ist. Na, die Runde bitte holen. Ich bin schon wieder auf null Geld. Alter, wieso hab ich nie Kohle? Das freut mich auf. Oh, jede Runde. Mindestens einer. Ich glaub zwei. Könnten unten rumgehen. Steps Palace. Ne Steps, die sind drauf. Also hier nicht. Einer tot. Einer drauf. Ne, ne, die sind nicht drauf. Hab einen unten gemacht in beiden Keller. Palace seh ich keinen bisher. Kann sein, dass dir das war. Da steht ne Bank. Ich glaub der will uns hier beschäftigen. Der schießt die ganze Zeit aus dem Holz raus, Jane. Bevor ich sterbe, schmeiß ich nochmal alles da rein. Um die aufzuhalten. Der ist hier irgendwo drauf gesprungen. Er ist tot. Hey, sie soll uns beschäftigen während dessen. Noch einer da. Irgendwo Bram. Entweder oben oder unten. Ich kann das ja leider nie hören. Ist der vorletzte dann. Einer fehlt uns nur. Dann. Wahrscheinlich unten, wenn du B kurz sitzt. Ja, aber der kann halt, oh ich hör die Apartments und Tunnel. Der Tunnel ist clean. Stimmt da einer von uns gerade? Na ja, ich bin hier Palace. Kann sein, dass die nach hinten weg ist. A. Bomba A. Down. Wie geht das denn? Da fehlt uns nur. Ich mag das, wie die sich einfach immer aufteilen auf alle Spots. Oh ne Witz, Alter. Ich guck hier. Ich versteck mich in der Ecke. Ich mach mit. Ich mach mit. Ich mach... Wie heißt das hier oben? Okay. Alter, wo kam der denn her? Der kam über den Connector. Nice. Wie ist er uns hinterher gelaufen? Kann natürlich sein. Oh Gott. Das war knapp. Die Bombe drehen gibt weniger Schaden. Nee, das ist schon lange nicht mehr so. Ich hab das richtig im Kopf habe. Da die nicht mal so eine Pistol-Round haben, wo die pushen, ne? Ja, das ist krass. Ah, jetzt hast du die Jinks. Ja, nix. Das ist gut, oder? Bomba ist mit. Ja, dann gehen wir doch was zu. Ach, dann machen wir alle weg. Okay, ja. Die haben gerade ihre Pistol rum. Nee, nee. Lass mal auf. Bram, komm! Ace! Ace, sie weg, Bram! Jag sie! Komm, Bram, hol deinen Ace! Da ist noch einer. Komm, Bram, hol deinen Ace! Kann man den Ace nicht holen. Warum nicht? Sorry! Boah, Peter, Alter! Ja, okay. Dann hab ich jetzt nicht gerechnet. Wow! Er ist hier. Jag ihn! Jag ihn! Ich hab dir erst das Ace geklaut. Es tut mir wirklich leid. Ach, ist doch egal. Muss man sich verdienen, das Ace, ja? Das ist... Ei, ei, ei. Das tut mir echt leid. Nee, das ist echt okay. Das ist gegen die Umstände. Da muss man sich das Ace selber verdienen. Ja, aber dafür hast du jetzt Platz 1 verdient gerade. Na, Peter, hast du das einfach nicht gehört? Oder was? Warum wolltest du den? Doch, ich hab das gehört. Aber ich hab halt alle Nails geworfen, die ich hatte. Weil da lebte ja noch mehr als eine. Der ist doch wichtig, dass die doch tot sind. Ist doch super. Äh, Mitte. Zwei Leute. Pusht der? Nein, das kann ich nicht mehr sagen. Einer ist A. Kann sein. Nee, Moment. Das ist ne Köder. Oh, der ist da gesprungen. Christian, bitte schon durch. Grenade. Nee, der ist wieder zurück. Der ist, der ist da hin. Wir springen da rum die ganze Zeit, die Idioten. Ja, dann schmeiß ne Granate da hin. Hab ich schon gemacht. Zwei. Ich werde mal den Flash da hin. Ah, Sepp. Sepp muss aufpassen. Wo ist die Bombe? Christian, du guckst, äh, Connector nach. Ja, Connector probier ich. Na, Thor kann ich jetzt nicht mehr sehen. Palace auch nicht. Oh Gott. Da kommen Granaten zurückgeworfen. Die saßen direkt unter Fenster. Ja, die sitzen da hier. Gefühlt alle. Oh, die haben sich geboostet da. Ah! Okay, ich hab noch drei Leben. Christian, Pelle ist runter. Danke. Alter, dass ich das noch gesehen hab. Ich hab nur noch acht Leben. Also wenn die jetzt nicht mehr so fresh. Oh, ich geh zurück. Komm zu dir, Chris. Oh. Ja, die sind hier auf A. Connector ist noch einer. Fuck. Nice, Christian. Noch einer Connector. Nice, Chris. Das war aber nicht. War das der Connector? Ja, ja, Connector ist da. Was ist die Bombe, Alter? Weiß ich nicht, wo wir die hingeschissen haben. Nimm die mit? Die wieder nach B. Ah, die haben noch drei Sekunden. Also alles gut. Wer jetzt nicht plantet. Wuh! Why? Zwei Spieler hat uns. Das ist okay für mich. Die haben Quatsch am Fenster auf jeden Fall gemacht. Sehr viel Quatsch. Ich kann pflegen. Irgend... Ja, letztes Geld. Ich kann auch pflegen. Okay, whatever. Ich war fünfstellig. Siehste, jetzt hab ich zum Beispiel 9000, Peter. Hab noch 83 Rüstung. Also geht mal. Eher bitte Zeus. Oh, ich sollte auch mal mit 30 Rüstung vielleicht neue holen, ne? What the fuck? Want some fuck? Yes, please! Oh fuck. Wer jetzt? Hör jetzt was? Flashback. Eine Person. Drei Leute sind vor A. Shit. Scheiße. Jay? Also drei schaffst du, oder? Ja. Die müssten auch schon bei den Kisten sein. Jay schaffst du und er sitzt da mit dem Taser. Ach Gott. Er hat halt so viel Geld. Wir müssten auch schon an den Kisten sein. Leute! Trelles und vorne und... Wir haben gleichzeitig zugegriffen. Ach komm ey. Ich dachte ich hätte beide sogar direkt getroffen. Oh Gott. Jeder. Schön. Ja. Der ist da die ganze Zeit mit den Doppelkisten. Okay. Kann immer jemand von der anderen Seite... Oh mein Gott. Hab ich mich erschrocken. Alter Vater. Der plantet. Ich kann da nichts gegen machen. Ich bin tot. Ich schmeiß da vier Granaten rum. Und der steht einfach neben dem. Direkt neben dem. Und der macht gar nichts. Alter. Jetzt hab ich einen Körtel in der Hose. Sechs Runden ist schon nicht so. Sechs ist schon stark. A oder B? Ja machen wir. Mh... Und können wir so? Ich sag äh... Pallas. Ich komme. Ich gehe mal mit klicken. Mit geht aller HG wieder. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Nein, Klassiker. Wenn wir irgendwo hin gehen gehen. So. Da hinter den Kisten. Krippern. Äh, Mitte. Da hinter den Kisten. Oh, direkt hinter. Äh, unter Branden. Unterholz. Da hinten Kisten. Da Outconnect. Jungle auch unter Holz. Unterholz habe ich. CT ist noch einer. Zwei CT. Noch einer CT. Noch einer CT. War das der CT oder? Das war der CT. Okay der hat mich gemacht. CT ist der letzte. Oh, der hat schon kassiert. Du hast nur noch fünf Leben. Scheiße. Ich könnte es planten. Anficken oder so. Kann ich da nicht. Geht nicht. Ist der da weg gegangen? Ja. Ich habe das Jungle genommen. Links. Links um die Ecke. Der hat gesteppt. Links um die Ecke. Der ist hinter der Kiste noch. Auf der Kiste. Ja, natürlich. Entlassen wir es natürlich. Ach. Okay. Ich bestimme nichts mehr. War doch gut eigentlich. Jetzt ist Echo. Ein Klick mehr und das wird gewesen. Nicht mal Geld um irgendwie im Pegging zu kaufen. Oder sowas. Lass auch Tour de B gehen. Ja. Lass einfach auf B die alle wegknallen und dann. Ja. Ich glaub vor. Ich bleib nicht stehen. Grün. Du machst das. Ich bleib auch nicht stehen. Ja. Grün. Du wirst der letzte sein. Oh ja. Hier unten steht einer. Oh ja. Hier unten steht einer. Ist da noch einer? Wo? Wo? Die Waffe ist leer. Okay. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich auch. Er hat ne Empfehl verloren. Er hat ne Empfehl verloren. By the way. Eh, Küche. Küche, Küche. Steps. Bist du schon durch? Links, links. Links mit. Ja, aber rechts auch. Ja, der hat nicht gehört. Leider hätte ich nicht schießen dürfen. Hey, drei Leute geholt. Ist gut. Bombe gelöst. Nico. Counter-Terrorists win. Was nen Dis, Alter. Da kaufen, ne? Jo. Ich will nicht mehr Akku spielen. Ich hasse es. Eigentlich war das gerade ganz gut. Ja, sollen drei Leute geholt. Und auf jeden Fall auch weh. Tut denen auf jeden Fall auch weh. Komm, ich geb dir mal Deckung mit. Ob wir so durchrushen sollten. Ich weiß ja nicht. Ist keiner. Keiner Window. Kannst du mit, ist keiner. Pushe ich mal vor, ne Brom? Also Connector kann natürlich einer sein, den sehe ich nicht. Kann nicht wahr sein. Da ist noch einer. Hab ich. Einer weiß, dass ich da bin. Cook Connector die andere Seite. Da sehe ich keinen. Jay, du bist alleine. Aber ich hör Mitte ein. Ja. Ich geh mal zurück flammen. Die geht zu B, glaube ich. Einer zumindest. Einer ist zu B gegangen. Christian, hier ist ne Bank. Oh, ja. Ja, hier ist gerade das Fenster. Hier ist gerade das gemessert worden. Das Fenster in der Küche. Wollen wir hier mal rechts hoch gehen? Wollen wir kommen mal zu euch? Da. Steps. Guck mal so bei A rein, was da so abgeht. Rechts ist auf jeden Fall einer, Peter. Der Step da. Ja, da gehen wir doch mal gucken, was hier ist. Haut jetzt im Fenster. Dann holen wir uns den. Jetzt, jetzt, hol den. Schön. Also, ihr seid auf B mit der Bombe. Hab einen auf B. Die letzten beiden. Ja, let's push B. Dann gehen wir zum B. Okay. Flasher mal raus. Pläncher. A, B steht da. Ah fuck. Und noch einer. Zwei Stück da. Hab den einen gemacht. Oder brav. Wie er geflogen ist. Muss ich mal ne Abo holen? Muss ich eine selbst? Einer die die Bagels deckt haben, die Schweine. Okay, dann nicht. Scheiß auf die Abo. Schade. Kacke. Wink. Geld. Movin. 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 Moin. updated euren Valentin in der Movin. Movin. Da. Wow, fies. Nektar. habe ich aber es als ob er mich damit der ein aber dafür muss ich durch den jungle durch also der kirche hat kaputt gemacht oder ich wir versuchen zu der zu kommunen ist erst über die apps gegangen rechts das wird jetzt gewesen jetzt habe ich jetzt halt nicht erwartet irgendwie wie auch immer der jahr gelaufen legen ich habe echo was hast du gesagt ich habe dich nie verstanden das ging um das wetter oder so und um freiheit und freiheit und ihr hast du gesagt dass da mehr apps kommt nein ach so ok er hat wieder einfach nicht gehört manchmal zweifle ich wirklich an mir peter haben wir granaten auf a geschmissen mal gucken wir die da einer läuft b short rum warte mal bram ich geh b short gucken der ist über mir hier bei blau über blau ist der ich guck connector einer war window bram den habe ich ich weiß einer ist halt da ich habe könnte nur einer sitzen aber ich gucke auf die ecke könnte vielleicht nicht zum eingang peter schau das ist einer ja ist ja der geilste spot ever es ist keiner ah ok genau du kleiner wichser wolltest mich messern ne 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 setzt du dich mal lieber auf die bank so die können jetzt kaufen jungs was hat die denn gerade ein messer dritte verlierer runde ah 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 ne b pump chic waww hey bram du bist a ich bestimmt nicht bin a da ist ja verwirrend ja stimmt shit ich glaube ich Tunnel unten. 54 hab ich dir gegeben. Hast du den Bram? Jetzt ist gerade in den Tunnel gelaufen, zwei Leute sind jetzt da unten. Vorsicht Jay. Nur von hinten. Sorry. Und von vorne durch den Smoke. Oh nein, das kann doch nicht. Ach man. Das war unnötig. Schön. Was? Ich schieße doch nach oben wenn ich schieße. Was drauf? Ich dachte ich ziehe ein bisschen tiefer. Ja guck mal da oben ist sein Kopf gewesen. Und vier Schüsse sind um seinen Kopf rum geflogen. Aber egal. Ah die ist vorhanden. A-Wolder. Ja. Schmeiß wieder mal bitte. Standardkarte hier. Wir sind hier ein bisschen ausgebremst unten. Ja einer beschäftigt. Okay doppelt ausgebremst. Siehst du deinen Gegner planen? Ja. Lange sehe ich keinen Treffer auch nicht. Ich mach mal Backup für hinten ne. Einer ist unter Holz auf jeden Fall. Denk dran einer ist unter Holz. Okay. Oh Gott. Einer ist Jungle. Scheiße. Einer ist direkt rechts von mir irgendwo. Oh Gott ich hab noch 8 liegen. Einer ist der. Und Connector. Den push ich jetzt. Piff piff. Okay ich wurde glaube ich von hinten gekeilt. Der ist keiner unter Holz. Zwei Connector. Pass auf. Treppe hab ich. Sehr gut. Wo ist der andere? Treppe oder? Oben oder unten. Treppe. Treppe. Kann noch einer CT sein hier oder? Treppe oben. Das ist der letzte. Ich könnte auch versuchen zu planten und den zu forcen. Ja genau. Oh der dürfte Flash. Tschüss. Gesundheit. Der ist unten. Ich guck oben. Ja Jay rennt weg. Der geht eh. Jawoll. Nice Sebastian. Sehr schön. Ah Jay rennt weg. Sagt er doch. Hab ich doch. Ja ne Jay. Ja aber da war Jay schon weg. Wenn er selbst gepusht hätte. Ich wollte halt nicht die Steps machen. Ja aber du kannst ja mit mir reden. Das hört der ja nicht. Also ich wollte nicht die Steps für euch machen. Also ich wollte. Nein nein nein. Ich wollte dass du auf Steps hören kannst. Ah. Ja. We will make them cry. We will make them cry. Ja glaube ich auch. Wieder nehmen sie Waffeln in der Hand. Ja mach ich jetzt auch. So schnell können sie glaube ich nicht sein. Ja doch. Jetzt wäre er da. Alter. Push push. Oh Mitte push. Oh ja. Push vorbei. Apps auch. Ich löff dem mal ne Nade. 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 Peter flext immer mit seinem Messer erst. Oh Gott. Und. Und den Keller. Alter was pushen die uns jetzt. Da werden die gehen grad nur die Waffen. Was. 88 in 3. Ja klar. What. Uhuhuhu. Aua. Da hat's aber geknallt ey. Ekko. Sepp und Jay können legen. Ich könnte was legen. Legen wir mal was. AK. Da hinten. Ich bräuchte auch was. Tatsächlich. Ja danke. Jetzt sind wir bei alle low. Jetzt sind wir nicht verlieren. Ok. Wohin gehen wir. Wir gehen. Peter. 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 Was auf wenn die gegen rushen. Ja da hat gerade nichts. Also. Da ist Feuer. Ich deck nach hinten ab. Ok? Alles klar. Erstmal. Warte das heißt der ist schon oben in Apps. Ne ne der hat die App. Ja doch da ist er doch. Was ist denn? Was ist denn Leu? Wir standen alle drei. Hahahaha. Hahahaha. Wollt mich verarschen oder? Hahahaha. Ah ja. Das war jetzt ja belastend. Ich mach mal der Move des Monats leute. Willkommen. Im Bestoffe. Im Bestoffe. Toll der Fall, oder? Oh, verkehrt noch. Hinter einer. Nice. One on one. Okay. Oh Gott! Nicht Panik, nicht Panik! Ja, Sebastian schreit mir in mein Ohr rein! Du siehst ihn ja auch! Nicht Panik, nicht Panik! Ich hab ne Echo. Ja, aber du siehst ja die an der Mausbewegung. Weißt du, das ist so scheiße! Ach kack! Ich wollte dir die Info geben, dass der eine Aave hat, Peter. Wir sind vorne. Ja, der hat mich mit einer Pistel beschossen. Ja, wir haben aber jetzt noch Echo, Bram. Ja, aber der eine spielt auch die ganze Zeit nur mit der Diegel. Also krieg ich das auch. Danach hast du eh wieder Echo, wenn wir probieren. Stimmt. Wir werden jetzt alle Granaten abkriegen, wenn wir hier drin bleiben. Ja, stimmt. Dann gehe ich raus. Okay, let's go. Party, Party, Party. Nein, äh, jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Im Connector ist noch einer. Connector sind noch zwei. Äh, Jungle. Geil. Wieso liegen die Luftwaffe? Ah! Von hinten aus ist es von hinten. Der hat mich. Der hat mich. Der hat zwei Leute geholt und Bombe geplantet. Der eine spielt nur mit der Pistel. Na, der ist auch nur mit der Pistel gut. Alter. Das lief ganz gut. Bis das schlecht lief. Ja, das stimmt. Ich hab Geld. Stimmt, ich bin schon so eine 7 von 10. Das stimmt. Du bist schon so eine 7 von 10. Wo kommt diese 7 von 10 her? Ist das ein Meme, weil ich nicht mitbekommen hab? Ja, da warst du nicht da, Peter. Okay. Wir haben. So, Bram. Ich besp... ... erörter jetzt dich. Man, die spielen genau wie wir, wenn wir gewinnen. Ui! Schules die Scheiße, Copy. Alter, das ist halt ein Witz. Die AK finde ich halt auch ruhig. Bram, wo guckst du so? Da und da. Okay. Guck ich Short und Tunnel. Lass mal für A aufbauen. Short hab ich. Ah, Tunnel hab ich. 78 in drei Apps. Hab einen bei Connector. Über die Apps ist einer angeschlagen. Dann müssten zwei A-Fot sein. Der letzte? Der letzte? Der steht da oben. Das ist der letzte. Noch ein Gegner. Ich komm da. Der hat noch 27. Schützt mich. Der ist B. Die Leitung war aber free. Die hab ich da aber ganz ISDN gehabt gerade. Wie gesagt, der ist low. Das war schon Modem. Wo wäre er denn wahrscheinlich? Der war Oben am Weinkeller. Oben Weinkeller? Ich geh mal CT. Der ist Küche. Ja, am Weinkeller die Treppe hoch. Der hat gerade Küche kaputt gemacht. Komm, ich schieße einfach. Laufen, schießen, richtig Müll. Laufen, schießen. Bitte lass das gewinnen. Wie gesagt, das muss low sein. Alles gut, Alter. Nein, der Bram. Das war... Was war das denn von mir? Ja, aber der war auch weit weg. Ja, und der war auch mit dem Rücken zu dir. Das war einfach die Moral, die aus dir gesprochen hat. Bram, du konntest... Ach, das war aber schon gebrochen, ey. Ganz entspannt, die Bus. Ja, auch von Vorteil, wenn wir das nicht so schneller machen würden, die Runde. Einer ist unten drin. Ja, ja, ich hab den unten. Weil mein Papa sagt, ich muss mich nicht leeren. Einen hab ich oben. Okay, Jay, dann lass mal zwei Runden jetzt holen. Mach mal die Headshots. Einen Tunnel, Jungs. Ja, ja, ich guck auf Tunnel. Konzentration ist so... Oh, du kleiner Ficker. Kein Headshot diesmal. Ja, genau so läuft das. Oh, Bram. Let's go B, oder? Zwei Flashes von mir. Zwei Flashes von mir. Noch eine. Okay, ihr müsst mir auch zuhören. Der ist hinter euch. Okay. Einer Mitte. Ich komme trotzdem planen. B kurz, sofort. Ich hab den weggebrannt. B kurz. Und Apps. Okay, bequipst und Apps. Okay. Und der dritte... Ihr habt drei Gegner. Also den dritten wissen wir noch nicht. Okay, alles klar. Kein Thema. Geben wir wieder auf eine Nails. Oh mein Gott. Küche. Küche. Der ist runter. Und der ist short. Und der ist hoch. Habe ich... Reicht dat? Ne, der... Hat der Diffuser? Der Diffuser... Nicht. Nein! Scheiße, man! Ach! Kacki, MacDoodle. Schade. Eigentlich gut gespielt. Echo. Jay kann liegen. Na, fuck Chris. müssen die runden jetzt gewinnt hast du bist so richtig braucht ja keine großen oder fällt immer direkt um ja ich falle um oder der feld um ich habe du guckst connector richtig ich gucke connector ja weil da wird haben häufig gepusht von hinten muss einer gucken vielleicht habe ich abgekriegt einer ist apartments die kurzen connector sind connector ist einer da ja noch einer troffen habe ich ihn auf jeden fall nein hier ist noch einer der hat mich kurz gemacht da ist einer zwei sind zwei sind connector kurz halt der letzte also kurz der letzte ok warte auf peter ich kann den ärgern dann bleib doch weiter weg der hatte ich gehört genau da genau in der kurs an der kommt in meine richtung ok wo warten wir der molotow war ja so ach der geht planten wasser hat manche will ich echt besoffen aber was du bist gelaufen schluck dir peter face ihn nicht er kommt von der mitte du bist gelaufen scheiße da habe ich zehn von zehn versagt mich dahin oder dahin der ist schon da glaube ich die zeit auf der kiste ja sechs leben fünf mehr als du brauchst jade super gemacht Jay tötet auch so viel, wie er muss. Boah, Alter. Ui, ich muss nicht auf Klo. Spize! Ich hab 200 Money Money noch. Ah, Jay hat noch. Alles drin, außer Luz. Let's go! Jetzt hab ich Puls gehabt. Ist was rausgekommen? Unser Mittelmann hier. Ich hab keine Mittelwaffe. Weiß ich. Und? Alter. Fs kann auch pushen, ne? Also das macht er auch gerne. Zwei Mitte. Einer oben, einen unten. Den unten hab ich. Er hat gepusht Mitte. Pushed Mitte. Ähm. Also auf unserer Seite schon. Mitte durch, ne? Ja. Scheiße! Ersaut. Einer von hinten. Einer von hinten. Es ist ja 33, habe ich den gemacht. Steht aus oben. Erkennverfahren. Da hab ich vor. Ich spiele aber auch mit dem Buchwaffen. Also einer war Short, einer Ebs. Den dritten weiß ich nicht, wenn der gleich hinter mir ist, aber ein Problem. alles kopf kann euch noch eine ak geben dann nehme ich in die ich bin scheiße ich kann mir eine galil holen ich habe egal ich nehme ich halte diegel und akka nein ja aber ich hatte auch scheiße gerade hier kommt sofort unten wieder einer na ja da gucke ich bin ich gehe wieder hinten durch hinten guckt keiner na doch doch christian guckt so schnell sind die ja nicht ich glaube nicht dass die in der letzten runde pushen wissen wo ich bin die pushen wohl in der letzten runde ok lass committen jetzt hier oder zwei sind von A rüber einer unten aus dem Keller ist durch hier vorne links ich habe es aus da 2 2 2 der ist tot und nicht okay lass uns a gehen kommt kommt zurück okay der könnte kommt ja einer kam von rechts von den hinterher die zwei von A habe ich gemacht also wenn geht jetzt einer B einer A von denen die werden jetzt beeilen ja 30 sekunden zeit alles gut ja nicht deswegen damit wir vor denen da sind aber die können ja durch die mitte verschieben ja stellt euch auf versteckt euch die jungle auch schön connector town und wo kommt der connector fuck warte 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 chill doch was musst du weil ich eine flash hatte und ich dachte der ist gut geflasht ich glaube der war nicht gut geflasht unentschieden schade schade da wären wir drin gewesen aber GG hab ich nicht so gut gespielt kacke egal aber wir haben nicht verloren und dann ist ja auch viel wert vielen lieben dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal haut rein tschüss tschau tschüss